Bis zum Zweiten Weltkrieg, kann man fast sagen, war Riesling eigentlich weltberühmt und hatte eine unheimlich gute Qualität. Ja, es ist halt auch, wenn man jetzt auf alten Weinkarten schaut von berühmten Hotels, Restaurants, sieht man schon auch den Riesling aus der Pfalz, aus dem Rheingaus und der Mosel, die wirklich auch ein tolles Image haben und dann auch im Vergleich zu französischen, sehr bekannten Rotweinen oder auch Weißweinen stehen und da auch preislich dem in nichts nachstehen. Und da hat sich in den 60er, 70er, 80er Jahren leider der deutsche Riesling auch im Ausland sehr gewendet, in Richtung süß und billig auch dann letztendlich, auch recht große Mengen und keine gute Qualität. Und das hat sich jetzt, würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren doch auch wieder etwas geändert. Gerade auch im trockenen Bereich, dass deutsche Riesling da als wirklich große Weißweine der Welt auch wahrgenommen werden. Keine andere Rebsorte kann das so wie der Riesling diese Herkunft auch zeigen. Diese Verbindung von Komplexität, auf der anderen Seite eine Leichtfüßigkeit, eine Frucht, eine Mineralität, das sind alles Attribute, die der Riesling wirklich auch sehr gut ausdrücken kann und bespielen kann. Ich habe jetzt mal den Forster Pechstein gewählt, die Lage Forster Pechstein aus dem Jahr 2017. Die Lage Pechstein durch dieses Basaltgestein ja auch sehr präzise, sehr klar, oft schlank eher gehalten, auch ein bisschen die Mineralität drin und ist ein Wein, der oftmals ein bisschen mehr Entwicklung braucht, aber auch jetzt im jungen, einfach in jungen Jahren sehr diese schlanke, klare, ein bisschen quittige Richtung hat. Können wir gerne mal probieren. Ist schon ganz rund. Ja, ist natürlich auch sehr reife Trauben, die wir 2017 geerntet haben. 2017 war ein Jahr, was auch relativ früh war von seiner Reife her und natürlich auch eine sehr feste Struktur der Weine, einerseits Klarheit, andererseits diese schöne Säure auch hinten raus. Der wird noch immer besser, ja? Der wird noch, ja, denke ich, die nächsten Jahre auf jeden Fall. Wie gesagt, ist eine Pechstein ist in der Lage, die da auch sehr, eher ein Langstreckenläufer ist. Mhm. Und da sind, das sind fünf, acht Jahre, zehn Jahre gar kein Problem. Okay. Gerade in Verbindung mit Speisen, wenn man dann ein bisschen schöne Röstaromen am Teller hat oder irgendwelche tollen gewürzten Speisen, geräuchelter Fisch sind Sachen, da passt perfekt ein schön reifer Rieslinge dazu. Natürlich ist es schon ein Wein, der eine gewisse Vielfalt hat und auch in sich eine Geschlossenheit. Ja, genau. Und das macht ihn dann auch zu... Genau, das macht ihn so interessant. So interessant, ja. Natürlich hat man immer Ambitionen, als junger Mensch da was zu verändern. Wobei ich hatte das ein bisschen das Glück auch, gerade was solche Rebsorten, Spiegel, der bei uns im Betrieb herrschte schon damals und auch der Betrieb auch schon relativ gut aufgestellt war. Von daher war es bei mir von Anfang an nicht, dass ich sage, ich muss alles verändern. Und ich glaube, das ist auch jetzt für so einen Traditionsbetrieb das Richtige. Natürlich jetzt Umstellung auf Öko-Weinbau, verschiedene Methoden im Keller, auch draußen, auch von der Vermarktung her. Wann habt ihr euer EU-Siegel bekommen? 2012. 2012, ja. Und das ist ja so eine Umstellung von drei Jahren. Von drei Jahren, genau. Habt ihr da viel umstellen müssen? Haben wir eigentlich nicht viel umstellen müssen. Mein Vater war da schon relativ nah dran. Uns wurden niemals Herbizide eingesetzt. Bei uns wurde nie mit Mineralstoffdünger gedüngt. Und insofern, jetzt machen wir eine Kompostbereitung, auch zum Beispiel im Betrieb. Wir säen verschiedene Pflanzen, Begrünungspflanzen ein, 30, 40 verschiedene Pflanzen in der Saatgutmischung, einfach um die Vitalität vom Boden, auch die Vielfalt vom Ökosystem, Weinberg einfach zu erhalten. Bei uns, die Lagenweine, nehmen wir den Naturkork und es hat für mich ein bisschen auch einerseits mit Tradition zu tun, aber auch mit der Ästhetik. Das sind teilweise Weine, die auch in Top-Gastronomie ausgeschenkt werden. Und das Wein haftet ja immer noch auf ein gewisses Image an, positiv gesehen, sage ich mal, von Mysterium. Gerade wenn der Kellner kommt und ein bisschen seine Zeremonie da macht, alle sitzen am Tisch und das Mundwasser schießt ein und hat ja auch ein bisschen was mit Kultur zu tun. Und der Naturkork hat auch in den letzten Jahren sehr an Qualität gewonnen. Gerade wahrscheinlich war der Hauptgrund, dass der Druck ein bisschen vom Korkmarkt weg war durch Ersatzverschlüsse. Aber für mich ist der Naturkork da schon auch ein optimaler Verschluss für Wein, wenn es eine gute Qualität ist. Dann danke schön. Tschüss. Tschüss.